Was ist die Rentenbezugsmitteilung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Die Rentenbezugsmitteilung ist seit 2005 zwingend gesetzlich vorgeschrieben. Im Einkommensteuergesetz steht geschrieben, dass die gesetzlichen Rentenversicherungsträger oder die landwirtschaftlichen Alterskassen oder die Riester-Rentenkassen und Rürup-Rentenkassen und wie sie alle heißen verpflichtet sind, jährlich der zentralen Zulagenstelle für das Altersvermögen die Rentenbezugsmitteilungen schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Inhaltlich geht es darum, dass hier Angaben zur Person des Rentenempfängers gemacht werden, unter anderem auch dessen Steueridentifikationsnummer zugesandt wird und der Rentenbetrag, die Rechtsgrundlage für die Rente, wann die Rente begonnen hat usw. der Zulagenstelle gemeldet wird. Für Sie ist die Rentenbezugsmitteilung auch abforderungsfähig. Das heißt, Sie können bei der Deutschen Rentenversicherung anrufen und die Rentenbezugsmitteilung zur Vorbereitung oder zur Durchführung Ihres Besteuerungsverfahrens für Ihre Altersrente nutzen. Näheres zum Thema Rentenbezugsmitteilung und Besteuerung von Altersrenten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel